Hallo, ich bin Elias von eTraining. Wir zeigen euch heute unsere vierte Adventschallenge. Da jetzt ja alle genug Klopapier gehortet haben, haben wir uns überlegt, dass wir auch eine Challenge mit Klopapier machen. Dieses Mal müsst ihr in 50 Sekunden so viele Drehkicks wie möglich machen und dabei das Klopapier in die Luft werfen und dann wegkriegen. Das Ganze postet ihr dann in eurer Story, markiert eTraining und noch drei weitere Freunde. So, der Orhan zeigt euch jetzt mal, wie das Ganze aussieht. Vielen Dank.